Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich auf Corsica. Der Abschnitt des Golo von Ponte Nuovo bis Barchetta ist einer der einfachsten, die man in Corsica finden kann. Der Einstieg ist an der eingestürzten Bogenbrücke in Ponte Nuovo und der Ausstieg ein paar Meter oberhalb der Eisenbahnbrücke über den Golo bei Barchetta. Wie erwähnt ist dieser Abschnitt für jedermann. Wenn der Fluss dem Meer zufließt, treten die Hügel auf beiden Seiten etwas näher, aber an keiner Stelle steigen die Schwierigkeiten über Wildwasser 3. Es gibt nur zwei Stellen, wo diese Schwierigkeit überhaupt erreicht wird. In Abschnitten mit Felsverblockung und erhöhtem Gefälle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Ausstieg befindet sich an einer Parkbucht etwa 200 Meter oberhalb der Eisenbahnbrücke, zwei Kilometer oberhalb des Dorfes Barketta. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!